Sonntagmiddag am Hamburg Airport. Der HSV, Scholle und ich fliegen nach Portugal ins Trainingslager und ihr seid ganz nah mit dabei. Kacktsam! Für mich ist es natürlich wichtig jetzt am Anfang, dass ich es schnell verstehen kann oder nicht. Dass ich dann relativ schnell verstehe, was die Tränen für uns verlangt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier geht gerade die Sonne unter. Wir haben eine Stunde Zeitverzögerung. Scholle ist voller Zuversicht. Absolut. Super. Wir holen uns jetzt einen Mietwagen und dann geht's nach Lagos. Lagos. Lagos ins Hotel. Genau. Was ist hier? Was machst du das? Das Problem ist, ich muss den Blog jetzt noch einmal online stellen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war er. Der erste Tag im Trainingslager in Lagos. Beziehungsweise die Anreise. Da wird die nächsten Tage natürlich noch deutlich mehr passieren. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick in unseren Arbeitsalltag, auch wenn es heute nur die Reise war, gefallen. Sowas kommt jetzt jeden Tag, dass ihr immer genau wisst, was hier passiert, was uns umtreibt und wo wir für euch unterwegs sind. Ja, das war Tag eins und ich freue mich auf euer Feedback, wie es euch gefällt, was ihr gerne sehen wollt. Schreibt gerne alles in die Kommentare und dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Und wir wünschen einen schönen Abend aus Lagos. Scholle hat gerade erfahren, dass wir ja eine Stunde Zeitverzögerung haben. Das hat er nicht erfahren, aber er hat erfahren, dass es bedeutet, dass der Morning Call ja unserer Zeit nach schon um 6.30 Uhr fertig sein muss und nicht wie gewohnt in Deutschland um 7.30 Uhr, dass er in Deutschland um 7.30 Uhr fertig ist. Hast du schon eine Lösung für dein Problem? Nee, ich werde früher aufstehen. Scholle wird noch früher aufstehen als sonst mit ihr zu gewohnter Zeit um 7.30 Uhr deutscher Zeit den Morning Call habt. Junge Junge. Freue ich mich. Gute Nacht. Mal wam! Mal feliz ja employ! Mal aliillos! stations